Herzlich Willkommen, Ello Soulmate Community, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und dabei bist. In diesem Podcast teile ich alles mit euch, meine Gedanken im Alltag, wenn ich plötzlich eine Blitzerkenntnis bekomme oder wenn ich etwas Cooles manifestiere, was richtig gut geklappt hat oder einfach generell mein Wissen oder Erfahrung. Ich danke allen von ganzem Herzen, die meinen Podcast hören und etwas lernen wollen. Danke an alle. Oh mein Gott, Leute, diese Woche war wirklich richtig viel los und einfach in Szenen. Ich kann es nicht glauben, was gerade alles los ist, aber ich hatte schon ein bisschen so angekündigt, dass der Dezember so zauberhaft wird und dass so vieles passieren wird und sehr, sehr viele Wünsche wirklich ganz bis zum Ende. Also gestern war Freitag, der 29. und richtig heftig, wirklich das ist quasi ganz fast zum Schluss bis zum Ende des Jahres hat sich ein richtig krasser Wunsch von mir erfüllt. Das war jetzt vor zwei der Wochen ungefähr, am Anfang Dezember, wo ich das quasi manifestiert habe. Ich weiß noch, am Anfang, wo ich mich damit beschäftigt habe, habe ich immer auf meine Energie geachtet oder ja, das kommt dann irgendwie oder wie auch immer. Ich habe quasi darauf gewartet und dieses Mal war ich tausend Prozent sicher, ich kriege es einfach. Ich habe so drauf vertraut und mir das immer wieder vorgestellt, wenn ich meine E-Mail aufmache, alles ist grün, alles passt, top, okay. Ich habe es gestern abgeholt, Leute, ich platze für Glück, ihr könnt gar nicht glauben. Also wie krass das alles ist und ich freue mich einfach, sowas einfach mit euch mitzuteilen und dass wir darüber reden, weil ich weiß, da draußen gibt es so viele Leute, die manifestieren wollen oder generell sich damit beschäftigen und ich bin nicht mehr allein und ich muss mich nicht mehr mit Leuten beschäftigen, die das gar nicht mögen und das gar nicht so toll finden. Und jetzt gibt es so viele Leute da draußen, die einfach das feiern und ich auch natürlich und die so gleich sind wie ich oder so ähnlich denken wie ich und das finde ich wirklich so schön und ich liebe es einfach und das Wichtigste dabei ist für mich, dass ich das wirklich mit den richtigen Leuten teile und nicht wie vorher, natürlich hatte ich auch ein anderes Mindset. Deswegen war das so oder hatte ich das Gefühl, dass ich quasi falsch bin, weil mich jemand auslacht oder wenn ich zum Beispiel über viermal die sieben spreche oder jemanden gefragt habe, hast du schon heute irgendwelche Zahlen gesehen und die Menschen zu dir dann sagen, ja, ich arbeite doch ständig am PC und ich sehe immer Zahlen und die das nicht so wirklich vom Konzept, sage ich mal, verstehen, was da wirklich passiert oder was will ich damit sagen und ich habe gelernt, also ich glaube, das ist so meine erste Erfahrung gewesen mit dem ganzen Spirituellen, dass ich einfach mit den falschen Menschen das gesprochen habe. Das heißt jetzt nicht in dem Sinne falsch, wie das das schlechte Menschen sind, sondern einfach, das waren die falschen Zielgruppen, die interessieren sich gar nicht für Spiritualität und wissen gar nicht, was dahinter steckt, hinter den Zahlen oder so. Das war für mich einfach die Zeichen vom Universum, wie alles anfängt quasi, diese Kommunikation mit den Gedanken und dass ich dann eine Frage quasi beantwortet bekomme durch diese Zahlen und das ist so mega, Leute, Entschuldigung, wenn ich wieder so draußen bin und einfach ganz random, ich gehe spazieren oder einkaufen, whatever und ich liebe es einfach die Zeit draußen zu verbringen und by the way, heute ist so, so schöner Tag, die Sonne scheint und gleich, wenn ich dann zur Arbeit muss, habe ich dann so einen tollen Spaziergang und noch so Kleinigkeiten besorgen, bevor morgen die große Feier stattfindet quasi. Ja, also ich liebe es sehr viel, draußen zu sein und die einfach random, die Zeichen, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jedes Auto beobachte, boah, ich kriege ein Zeichen, sondern einfach random, wenn ich irgendwie stehe am Parkplatz oder halt da Autos stehen und plötzlich vor mir das Auto ist und da kommen die Zeichen oder generell, wenn ich jetzt einen Film schaue oder was auch immer, dann kommen diese Zeichen so random und das ist für mich das Besondere, weil das Universum ständig mit uns kommuniziert und wir selber halt darauf achten müssen. Ja, genauso, ich bin wirklich so, so aufgeregt und freue mich wirklich auf jede Minute und schätze das alles und ich wollte euch unbedingt ja noch erzählen, wie es diese Woche war mit The American. Also es war so aufregend, also ich habe wirklich alles besorgt fürs Frühstück und wir haben ja alles geplant, wo wir uns treffen, was wir machen und wo wir hinfahren wollen. Und es war wirklich, ich konnte kaum schlafen, ich war so aufgeregt. The first time meeting a American is in real. Ich habe vorher noch nie mit einem echten Amerikaner in real life gesprochen. Ja, also meine Erfahrung, es war richtig schön und cool. Und ja, also man hatte, sag ich mal, auch viele Vorstellungen, Gedanken und alles, aber die Realität ist natürlich auch ein bisschen anders. Ja, anyways, also wir haben uns so mittags am Bahnhof getroffen, weil er musste halt sehr viel reisen. Wir sind da hin und das war so aufregend. Ich hatte so ein Schild, quasi so ein Papier-Kartonschild gemacht mit Welcome in Germany und dann mit den Flaggen. Ich wollte halt was Süßes, also was Cooles machen. Ich kenne das so von den Filmen und ich fand das so toll. Man kennt das so, wenn die Leute am Flughafen stehen oder sonst so und so ein Schild haben. Und ich habe das halt am Bahnhof gemacht und ja, dann hat er uns halt erzählt, wie es so war, seine Erfahrungen. Ja, er hatte halt Schwierigkeiten, weil nicht so viele Englisch gesprochen haben. Und ich fand das total lustig, wie es für ihn selber verwirrend war, ob er welche Sprache er sprechen soll, weil er kann Englisch, ich meine, Deutsch sehr, sehr wenig und Französisch auch. Ich dachte mir, so in Deutschland sprechen nicht so viele Leute Französisch als ganz normal. Natürlich gibt es bestimmt sehr viele auch, die Französisch können, aber dass wenn jetzt wirklich in dem Moment jemanden so randomly findet, weiß ich auch nicht. Das kann sein, man weiß ja nie. Ja, also die Erfahrung zuerst, also ich war wirklich sehr, sehr aufgeregt und man konnte mir ziemlich total durchdrehen. Ich habe mich total gefreut auf alles. Und für mich ging das einfach viel zu schnell, alles. Aber wir haben sehr viel geredet, wir haben uns ausgetauscht und wir haben vieles, also mein Mann und ich, wir haben vieles gezeigt. Und dann waren wir auch ganz im Glück Essen. Oder auch in anderen so irgendwo randomly halt, wenn wir ein Shoppingcenter oder sowas waren, wo es sehr viele halt Essensmöglichkeiten gibt, haben wir da auch was gegessen. Ja, es war wirklich sehr, sehr schön. Ich habe mich voll gefreut und ich freue mich auch auf unsere Reise, wenn wir dann, wenn es so weit ist bei uns, dass wir nach Amerika fliegen. Aber wir haben erstmal andere Ziele. Also mein Mann würde auch gerne nach Amerika fliegen, aber wir haben halt, wie gesagt, erstmal einen anderen Traum, Urlaubsziel. Ja, also insgesamt, er war auch überrascht und dass wir auch für ihn eine Überraschung gemacht haben, weil er liebt ja Surfen und ich wusste das. Und dann haben wir ihn an einen Ort gebracht, wo man halt surfen kann. Wir alle haben natürlich nicht selber gesurft, aber er hat sich total auf die Überraschung gefreut, dass er das sehen konnte, und er hat viele Bilder gemacht und wir auch. Und es war wirklich magisch für mich. Mein Traum ist in Erfüllung gegangen und teilweise, sage ich mal, zwei, drei Träume gleichzeitig. Und wenn ihr auch dabei seid, wenn ihr quasi in diesem Flow seid, dass ihr gerade so viele Dinge manifestiert oder dass so viele Dinge auf euch zukommen, dann wisst ihr, was ich genau meine, dass jeden Tag so richtig krass ist und da passiert so viel. Und dann fragt ihr euch, welcher Tag ist heute, was war nochmal und so dann ist alles irgendwie so voll durcheinander. Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall war es wirklich sehr, sehr schön und wir hatten eine coole Zeit. Aber es war auch natürlich anstrengend mit diesem Frühaufstehen, sehr viel rumfahren, sehr viele S-Bahn nehmen und alles. Es war auch mega sportlich. Man ist ja nicht so gewohnt, dass man jetzt so den ganzen Tag rumfährt, weil wir beide ja arbeiten. Aber ich sehe nur die positiven Dinge. Wir haben natürlich gemerkt, wo wir dann abends heimkamen, ja, dass wir so müde sind. Aber wir waren so glücklich, wenn du mit diesem glücklich Gefühl ins Bett gehst und dich freust über alles, dann hat sich das total gelohnt für mich. Und ich freue mich sowieso aufs nächstes Jahr, was alles kommt. Und Leute, ich kann es kaum erwarten, dass es schon startet. Und vor allen Dingen jetzt, also heute ist der 30. und nur noch ein Tag und dann ist das neue Jahr. Da und da warten uns so viele Erlebnisse und andere coole Dinge. Und wie ich immer sage, neues Jahr, neues Glück, neue Überraschungen, neue Learnings. Und ja, ich freue mich total drauf. Also, was ich auch mit euch besprechen wollte, ist das Thema, was ich hinter mir lassen möchte in 2023. Und ich habe so ein bisschen das Jahr reflektiert und über alles nachgedacht. Und habe mir dann so ein paar Sachen aufgeschrieben, was ich loslassen will, vor allen Dingen bei den Rauhnächten. Ich freue mich auch jetzt immer wieder abends so das Ritual zu machen und dann meinen Wunsch zu verbrennen. Vor allen Dingen zu wissen, ja, es klappt. Ich weiß, ich kriege das sowieso. Und das ist nochmal so ein krasses Gefühl für mich. Also, was ich auf jeden Fall hinter mir lassen will, ist das ständige Gehetztsein. Also, ich war so jemand, ich habe viel auf jemand, auf andere geachtet. Und ich war hier da und für die Arbeit und habe sehr wenig für mich gemacht. Und das möchte ich loslassen. Vielleicht ist das bei euch oder bei dir auch so, dass man ständig gehetzt ist. Und ja, ich habe dann irgendwann versucht, das zu ändern. Was auch wirklich geklappt hat, dass ich dann gemerkt habe, boah, krass, wie es ist, wenn man einfach nur sich um sich kümmert und nicht so viel um andere bzw. für die Arbeit da zu sein. Also, das ständige Gehetztsein war eher bei der Arbeit und nicht so im Privaten. Aber natürlich hat man ja noch die privaten Dinge zu erledigen. Und wenn man so vieles manifestiert und dann noch überraschend so viele Dinge auf einen zukommt, ist das wirklich heftig. Aber man muss versuchen, dieses, ja, damit klar zu kommen, wie meine beste Version, wie kommt sie damit klar mit den Dingen. Weil wir selber manifestieren ja, meine Version ist so und so, sie sieht so und so aus. Und was macht sie im Alltag? Und plötzlich, wenn diese beste Version auf uns zukommt, sind wir überrascht. Wir müssen halt damit klarkommen. Und das ist wirklich ein bezauberndes Gefühl für mich. Und ich denke, okay, ich habe mein Ziel erreicht. Ich bin schon diese Person. Das ist wirklich so, so cool. Und was ich auch loslassen will, ist, von einer Situation in die nächste zu rennen. Das ist mir auch sehr viel passiert. Das war irgendwie gleichzeitig für die Arbeit. Aber natürlich merkt man das nicht. Erst wenn man darüber nachdenkt, was ist denn so passiert, wieso habe ich mich so gestresst gefühlt, dann erst. Ich hatte ja auch selber Folgen gemacht, wo ich euch gesagt habe, dass man sich entspannen soll und sich so nicht gestresst sein soll, vor allem jetzt bei der Weihnachtszeit, wo die endlich auch vorbei ist, wo viele auch denken, boah, ich bin froh, dass es vorbei ist. Aber bei mir nicht. Ich habe immer noch so Weihnachtsgefühle, auch wenn draußen die Sonne scheint und so richtig hellblaues Himmel gerade ist, habe ich immer noch so dieses Weihnachtsgefühle des Dezember. Und ich liebe Weihnachten, einfach diese Stimmung und alles. Und die Dekoration macht alles noch viel wundervoller. Und was ich auch noch loslassen will, ist, immer zu allem Ja zu sagen. Ich war so jemand, bei der Arbeit habe ich immer Ja gesagt. Auch wenn das für mich spontan war oder wo ich mich in dem Moment unwohl gefühlt habe, habe ich immer Ja gesagt. Weil ich dachte, okay, ich kann auch vielleicht was verdienen. Ich hatte da natürlich ein komplett anderes Mindset. Aber ich merke, wie dieses Jahr, wie ich so krass gewachsen bin. Und obwohl ich das alles wüsste über Manifestieren, konnte ich das nicht umsetzen. Aber seid auch nicht so streng mit euch, wenn ihr, wenn ihr, sage ich mal, alles wisst über das Manifestieren und das schnell haben wollt. Weil euer jetziges ist, ich muss auch mit den Dingen klarkommen, mit der Umsetzung quasi von heute auf morgen die beste Version zu sein. Wenn du vorher immer was anderes gemacht hast, ist es dann, ja, ein bisschen halt, wie soll ich sagen, nicht schwierig, aber man muss halt schauen, wie man das realisiert, dass diese Person jetzt so ist. Ihr kennt das mit den Gewohnheiten, wie das so ist. Wenn man jeden Tag immer was gemacht hat und plötzlich was anderes macht. Dieses Gefühl, so, man steht vielleicht unter Druck, so, heute, das, heute etwas anders ist, weil allen so, quasi das fehlt von den Vergangenen. Oder auch, was ich loslassen will, ist auch, viele Überstunden zu machen und andere viel wert zu schätzen, als es nötig ist. Weil diese quasi meine Gutmütigkeit ausnutzen. Du schätzt diese Menschen, du stellst sie auf den Podest, du willst für die alles machen, du willst deinen Kollegen immer helfen und alles für sie machen. Und quasi, du gibst viel, viel mehr, als dass es nötig ist. Und natürlich, die Menschen, wer so ein bisschen Empathiefähigkeit hat oder so Mitgefühl, die merken dann, dass du viel so Aufmerksamkeit bekommst und dass jemand für dich so vieles macht. Und die nutzen das dann immer aus, dann machen die weniger und du bist ständig am quasi rumrennen und machst für sie so viel. Und das möchte ich loslassen. Und ich habe gemerkt, als ich das umgewandelt habe, dass ich so eine krasse Reaktion bekommen habe, dass die geschockt waren. Ja, aber das heißt jetzt nicht, dass ich die Menschen quasi, dass die schlecht sind oder dass ich die hasse oder was auch immer. Sondern ich habe gemerkt, hey, ich brauche meine Energie auch für mich. Und ich bin nicht egoistisch, wenn ich jetzt zwei der Gänge runterschalte und nicht schon morgen früh so früh aufstehe und ständig für jemanden da sein muss. Das muss nicht sein. Ich habe, wie gesagt, gemerkt, dass ich viel mehr für mich da sein muss, weil ich eine sehr, sehr krasse Vergangenheit hatte. Und jetzt merkt man so, okay, ich bin angekommen. Meine Wünsche werden eins nacheinander Wirklichkeit. Und die ganz größten Wünsche sind schon jetzt in Erfüllung gegangen. Dann wurde ich auch gefragt, wo ich eine Folge darüber gemacht habe, ja, was willst du wirklich? Und da habe ich mich gefragt, ja, was will ich wirklich? Und das, was ich wirklich will, ist einfach Menschen zu helfen und über meine Erfahrungen zu sprechen, über meine Gefühle, wie es für mich war. Und natürlich, solche Erfahrungen sind ja auch unbezahlbar, weil jeder individuell ist. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, die Ähnliches erleben. Und man kann das ja mit anderen teilen. Und ich hoffe, dass ich sehr, sehr vielen Menschen damit helfe. Ich möchte auch Leute beruhigen und sagen, hey, alles ist gut mit dir. Du machst dir einfach zu viele Gedanken. Wenn du merkst, dass du deine Gedanken, wenn du die abschaltest, wenn du nur positiv denkst und deinen Weg gehst, dann ist alles einfacher. Dann ist es nicht mehr so. Man sollte sich das so vorstellen. Wenn du jetzt jeden Tag aufwachst und aus dem Fenster schaust, ist alles gleich. Natürlich, das Wetter ändert sich, aber ich meine, da passiert gerade nichts. Da ist ja keine Bombe irgendwie oder irgendwas explodiert oder whatever. Du siehst, dass alles friedlich ist. Wenn du das merkst, dass nur deine Gedanken quasi schuld dafür sind, dass deine Welt da draußen so krass ist, dann würdest du alles wirklich dafür geben, dass du deine Gedanken änderst und deine Handlungen, damit du deinen Traum liebst. Das ist so einfach, ich weiß. Aber ich merke es immer wieder, wie es das bei mir auch selber, wenn ich wieder zurückgehe und Blockaden habe oder Sachen, die mich quasi so viel bewegen und festhalten, dass ich nicht mehr mein Traumleben leben kann. Weil das sind wirklich kleine Momente, wenn du schnell wieder merkst, hey, das sind nur meine Gedanken und das passiert gar nicht in Wirklichkeit. Dann wird sich sehr, sehr vieles in deinem Leben verändern. Und was ich auch noch in 2023 loslassen will, ist immer auf alles zu verzichten. Das heißt, wenn ich irgendwie einen Wunsch habe, dann möchte ich den erfüllen und vor allen Dingen negative Gedanken und Blockaden oder Filme zu konsumieren, die meine Energie runterziehen. Wir haben öfters so, sage ich mal, Triller oder so gruselige Filme geschaut, so Killer-Filme. Ja, also bei Netflix gibt es einiges, was da auch deine Energie quasi runterzieht und klaut, wo ich dann quasi davon geträumt habe, von dem Killer, wie er quasi uns selber dann verfolgt und umbringt. Das war wirklich heftig. Da sollte man aufpassen, auch wenn man das so spannend findet. Ich wüsste das selber irgendwie, aber manchmal wird man so getriggert oder man hat so dieses Gefühl, oh, ich will das trotzdem schauen. Vielleicht kennt ihr das auch. Und ich will auch loslassen, anderen Menschen viel zu vertrauen oder mich auf diese zu verlassen, weil ich habe gemerkt, dass diese Menschen vielleicht nicht mehr gut tun. und deswegen möchte ich das auf jeden Fall loslassen und immer mitfühlen für andere sein. Ich habe gemerkt, ich bin so ein richtig krasser Herzensmensch und ich habe immer Mitleid oder so viel Gefühl für andere, wo diese Leute nicht mal null an mich denken. Die rufen mich gar nicht an, die schreiben mir gar nicht. Nur dann, wenn sie was brauchen und ich bin so jemand, ich rufe ständig an und ich melde mich und ich gebe so viel Energie, wo ich diese Zeit selber für mich brauche. Und da habe ich gemerkt, okay, ich muss nicht ständig für andere da sein. Und ich habe manchmal auch das Gefühl gehabt, dass ich ständig etwas zurückgeben muss, wenn mir jemand irgendwas gemacht hat. Das heißt jetzt nicht, dass ich das nicht wertschätze oder dass ich nicht zurückgeben will oder egoistisch bin, aber ich habe das Gefühl, ich mache das immer so übertrieben, wie ich quasi das doppelt und dreifach zurückgebe, obwohl das vielleicht nicht so nötig ist. Und auf etwas zu warten. Also manchmal hatte ich das immer noch so, dass ich das Gefühl habe, okay, ich muss jetzt warten, bis das kommt, beziehungsweise meine Manifestation oder whatever. Und jetzt weiß ich, okay, ich kann das jetzt haben, ich muss nicht warten. Und seitdem ich das verändert habe, immer wieder mir klargemacht habe, okay, es ist da und ich kann das jetzt haben, bin ich einfach so glücklich und erleichtert. Man muss das immer wieder trainieren. Das ist so alles im Kopf. Und für uns einfach, sag ich schon, zuerst erst mal schwierig, so das umzusetzen. Aber wenn wir wirklich damit uns ständig auseinandersetzen und trainieren, dann klappt das auch. Ich wünsche euch allen wirklich alles, alles Gute für das neue Jahr. Einen guten Rutsch. Viel Spaß beim Alm, bei euren Vision Boards, bei den Raunächten, was auch immer ihr gerade macht, euer Journals. Und never forget, verbreite Positivität. Love vibes is everywhere, wenn du positiv bist und es auch so siehst. Deine Visionärin.